Ich würde gerne mal gratulieren der Jolanda Neff und es wurde auch schon allerhöchste Ersenbahn, dass die Altgenossen jetzt mal eine Goldmedaille kassieren. Jetzt sind wir schon in dem vierten Tag und nichts ist passiert. Und ja, also ich bin sehr surprised und schockiert und komplett natürlich, komplett desmantelt, sagen wir mal so, dass sie jetzt gewonnen hat. Für mich war das nicht selbstverständlich, aber gut, das ist meine eigene Meinung. Und natürlich, die Schweiz, die Altgenossen haben das komplett verdient. Und ja, sie hat ihr Leben komplett verändert, hat ihr Land Sturz gemacht und ihr Leben komplett ausgesorgt von jetzt und kann sich herumhucken, Chips essen, Fernsehen schauen und blöd herreden, weil sie ist für immer und ewig in die Weltrekordbücher und nicht nur in die Weltrekordbücher, auch in die Olympische Bücher, falls es noch Bücher gibt auf der Welt.